Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Projekt. Das Spiel nennt sich Blackwood Crossing. Wir sind hier gerade im Startbildschirm und es sieht jetzt schon unfassbar hübsch aus. Ich bin begeistert und wir klicken gleich mal auf neues Spiel. Blackwood Crossing, da sehen wir es nochmal. Und Ladebildschirm. Ein langer Ladebildschirm. Ähm, vielleicht kann ich... Okay, oder auch nicht. Das sind wir. Joa. Da ist ein Gameboy. Äh, einsammeln. Wegpacken. Wartet mal kurz. Ähm, Einstellungen. Die Mausempfindlichkeit ist, äh... Ja, ein bisschen sehr hoch. Ähm. Zurück. Spiel fortsetzen. Ja, das ist einiges besser. Warte. Ja, ja, ich hör dich. Aber ich wollte doch hier zuerst noch gucken. Okay. Wir dürfen nicht gucken. Ja, Bruder, wo bist du denn? Scarlet, es ist mir, Vince. Hilf mir, Scarlet. Wo bist du? Hilf! Wo zum Teufel? Äh, die Maus ist, ähm... Bist du da im Klo? Ma! Get out of there! You'll get us both in trouble. Want to please, Simon says? Simon says, pee yourself! Haha. Shut up! Ach. Come on! Simon says, follow me! Finn, don't run off! Man rennt nicht im Zug. Weil er dein kleiner Bruder ist. Das haben kleine Brüder so an sich. Jetzt mach die Tür auf. Okay, ich muss sagen, die Steuerung ist... ...der Tod. Ja, 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 ja. Ähm. Ich wollte gerade sagen, ich hab noch keinen gesehen. Wo bist du? Okay. Geht nicht. Vielleicht das hier? Ja, ich versuch's ja. Kleiner. Hier ist mehr... Ja, ich wusste doch nicht, welches Finster. Warum mach ich alles, was mein kleiner Bruder sagt? Das macht keinen Sinn. Ah, ich bin bei der Tür. Ja, mach auf. Ah! Oh! Hm, wir antworten mal sanft. Jetzt dürfen wir. So funktioniert das Spiel nämlich. Machen wir. Keine anderen Passagiere? Nirgendwo? Hier ist ein geschlossenes... Oh! Oh! Zu spät! Ich glaube nicht, Scarlet. Wie meinst du, wach auf? War das ein Traum? Oh Gott, das Spiel fängt schon an. Mich fertig zu machen. Und es hat... ...exorbitant lange Ladebildschirme. Okay. Es war nur ein Traum. Finn? Macht Sinn. Ähm... Nein. Nein, nein. Wir... Nein, nein. Finn? Na gut, dann gehen wir eben zu dem Hasenjungen. Hallo? Ich sehe da schon den Schatten des Nächsten. Hallo? Nee, nee. Geht ruhig weg. Das ist schon okay so. Ich komme, ja. Warum ist das hier so... Finn? Finn? Oh, wir können nichts machen. Oder? Doch. Auf, auf, auf. Ah, ich kann... Ku. Ku, 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 ku. Nein, Finn! Was ist das? I can't hold on! Nein! Oh Gott. Haben wir es jetzt... ...falsch gemacht? War ich zu langsam? Ich... Ich sehe immer nicht, was ich drücken muss. Äh... Warum erwische ich immer Spiele mit einer schlechten Steuerung? Ach, da ist er. Ich glaube nicht, Finn. Ich glaube nicht. Hallo, Opa. Ihr seid die, die keine richtigen Köpfe mehr haben. Äh. Untersuchen. Nein. Ach so. Und dann muss er antworten. Hey, die Musik. Oh! Und die Steuerung. Okay, und jetzt können wir da links... Können wir nochmal irgendwas mit denen machen? Oh ja, in der Eugend. Ihr neugierter Pferd. Du hast keine bessere Idee, als ich. Ah, gut. Wir werden zusammen mitmachen. Ha. Okay. Da ist ein Poster von Finn. Ist hier eins von uns? Take the easy way. Nö. Aber ich würde sagen, dass... Ich würde sagen, dass... Nein. Nein, wir machen noch ein bisschen weiter. Bisschen was möchte ich noch sehen hier von diesem Zug. Ganz richtig, Scarlet. Was? Ich muss hier kurz leiser machen. Sonst explodieren meine Ohren. Hallo? Ein Schweinekind. Der Hase, den wir schon kennen. Genau. Mhm. Dich behalten wir ganz bestimmt im Auge. Und einen Löwen. Also, ich habe keine Ahnung. Ist das unser Papa? Oh, dich habe ich gar nicht gesehen. Du bist unsere Mama. Weil es deine Mama ist. Ah, okay. Mhm. Und jetzt muss er ihr sagen, dass er hier ist. Tada! Aber was ist mit dem Schweinchen, Jungen? Warum können wir dem denn nicht... Oh, Gott. Da wird gerade jemand, äh... verprügelt. Keine Ahnung. Und warum ist er mit unseren alten Primärisch-School-Technik? Für ihn. Achso, die tanzen. Oh, nee. Ich glaube, sie muss zuerst reden. Ja. Wir bleiben mal sanft. Ich bin nicht braver, als ich dachte. Ich hätte vielleicht gehört, woher du warst, dass du nicht gut warst. Mhm. Aber... Wer muss denn jetzt reden? Das... Oh, ey. Warte mal. Oh, das ist Spiel. Okay, das ist also nicht richtig. Hier ist wenigstens diese Musik... nicht so laut. Die Alice-Referenz. Ja, so sieht er auch aus. Der Hasenjunge? Ich weiß nicht, von wem du redest. Ah. Er hat mit dem Hasen geredet. Okay. Da geht's schon weiter. Aber wir hören hier mal auf. Ein sehr interessantes Spiel. Ich bin gespannt, was noch so kommt. Und mit dem Ausblick auf unsere Grundschullehrerin und den Rabauken beenden wir diese erste Folge von Blackwood Crossing. Sagt mir gerne, wie ihr das Spiel bis jetzt findet. Ich finde es toll, bis auf die Steuerung. Die ist richtig kacke. Naja, vielleicht kann ich da noch irgendwas fixen. Wir gucken mal. Bis nächstes Mal, würde ich sagen. Und wie immer. Bleibt cool. Passt auf euch auf. Und schaut zusammen.